In Skandinavien ist unser Winter bekannterweise sehr dunkel. Die Sonne ist unglaublich wichtig. Im Norden feiert man es, wenn die Sonne nach einem langen Winter ohne Sonne wiederkehrt. Weiter im Süden, in Westerjötland, kommt der Kranich als Frühlingszeichen ungefähr zur gleichen Zeit wie die Tag- und Nachtgleiche. Wir sagen, dass der Kranich Licht ins Bett bringt. Das bedeutet, dass wenn die Kraniche kommen, soll man schlafen gehen, wenn es noch hell ist. Hier kommt ein Lobgesang auf den Kranich als Lichtträger. Kranich Halling Des Kranichs Füße wurden kürzer und kürzer im Frühlingsregen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik 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 Musik